Jenny Frankhauser. Jetzt bricht sie ihr Schweigen zum Thema Adoption. Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen könnten nicht glücklicher sein, seitdem sie ihren Sohn Damian haben. Nun spricht sie ebenfalls wie ihre Schwester Daniela Katzenberger von Adoption. Jenny Frankhauser strahlt über das ganze Gesicht. Seitdem sie ihren Sohn Damian hat, kommt die Influencerin aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Auch, wenn die Nächte hart sind und nicht jeder Tag ein Kinderspiel ist. Und Jenny ist klar. Damian soll kein Einzelkind bleiben. Sogar eine Adoption könnte sich die 30-Jährige vorstellen. Jenny Frankhauser schwärmt von Adoschen. In einer Fragerunde bei Instagram wird sie direkt nach ihrer Meinung zu Adoption gefragt. Finde ich unendlich schön, hatten das Thema tatsächlich erst letztens mit Steffen. Ich könnte das und ich könnte das Kind, welches nicht biologisch gesehen meins wäre, genauso lieben, schwärmt Jenny Frankhauser. Es scheint, als hätte sich die Beauty bereits intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Etwa auch wegen ihrer Schwester Daniela Katzenberger? Punkt Zuletzt häuften sich die Gerüchte, dass sie und ihr Mann Lukas Cordalis einen kleinen Jungen adoptieren wollen. Wer weiß, vielleicht schweben ja bald sogar beide Schwestern wieder im Babyglück. Zuletzt häuften sich die Gerüchte, 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 die Gerüchte